Oh, too old, last century! Hey, hier ist Nano News. Heute mal was anderes. Not the same video as usual. What we have here? A laser range finder. Ein Laser Entfernungsmesser von der Firma Bosch. Two Batteries, zwei Batterien, dreimal A brauchen wir dafür. Wurde mitgeliefert. Schönes Teil. Hier ist der Karton. On, off. It's easy to handle. This is the laser point. Pointed to this. Red Button. And distance. Die Distanz 0,729 Meter. Once again. Yes. Turn it on. Oh, sorry. Distanz. And now we walk. Turn the head. It's too near. Ah, die Scan. Ah, die Scan. Scan this set. One Meter. One Meter. Ein Meter ungefähr. Und das davor. Hat er noch gespeichert. Is in Cache. Nichts besonderes. Ich glaube bis 15 Meter. Until 15 Meter. You can use it as target finder. For airsoft guns. Very simple. Hold. Distanz. You can measure every distance. Until 15 Meter. Cool gadget. I love this. Okay. Next video. X-Track Pro. But the cars. The batteries. Are damaged. I have other Silver Elite. Or C cars. This is one set. The digital counter. And another set. I hope I can make a big track. Ich hoffe, dass wir eine riesen Bahn noch.